ich möchte euch ein produkt von mir vorstellen und zwar ist das diese karten box der weg zum top sprecher erst mal an alle mädels entschuldigt dass das nicht heißt die rhetorikerin zum beispiel das liegt daran dass er sich diese box gemacht habe gendern irgendwie noch gar kein thema war also heute würde ich das auf jeden fall anders nennen und im kopf habe ich natürlich auch extra was für uns zu machen für uns frauen den die rhetorikerin aber bislang gibt es also diese karten box der weg zum top sprecher und ich liebe das wirklich sehr so sein produkt was ich gemacht habe weil es für den praxisgebrauch einfach wirklich super ist und zwar sind da drin lauter karten mit jeweils übungen zur stimmen sprechtechnik und euren auftritt und das gute daran ist also hier sind so karten sprech und stimmen training ist etwas das muss man regelmäßig machen kann und man sollte es idealerweise schritt für schritt machen denn dann ist es besonders nachhaltig und wenn ich das habe und mit klienten arbeite oder mit klientinnen arbeite dann gebe ich den drei karten als hausaufgabe und diese drei karten stecken die sich in die jackentasche oder in die handtasche und wissen das ist das was ich diese woche mache und sie können die karte auch neben sich in schreibtisch legen oder auf den computer kleben wenn es etwas ist wo man eine erinnerung stütze zum beispiel braucht zum beispiel hier die aufrechte haltung wenn man ein video also diese karten sind mit 78 übungen sind da drin das ist tatsächlich mein übungsschatz und ich finde 16 euro 95 ist eigentlich ein preis der absolut in ordnung ist also wenn ihr lust habt dann bestellt hier diese karten box bei mir und dann bekommt ihr auch eine persönliche karte von mir dazu gelegt ich freue mich auf eure bestellungen bis dann tschüss gibt es